Hallo, ich bin Ann-Kathrin, die Gründerin von Kadea Juice & Co. und eure Expertin im Bereich Ernährung. Heute zeige ich euch, wie man ganz unkompliziert einen Smoothie macht. Dieser eignet sich besonders gut für Schwangere, aber tut auch allen anderen gut. Dieser Smoothie steckt voller gesunder und leckerer Zutaten. Bitte beachtet, dass 500ml Smoothie eine ganze Mahlzeit ersetzen. Nun zeige ich euch, welche Zutaten ihr hierfür alle benötigt. Die Zutatenliste findet ihr auch nochmal in unserer Infobox. Ihr braucht Kokoswasser, das ist isotonisch. Babyspinat ist ein super Eisenlieferant. Die Gurke ist aufgrund ihres hohen Wassergehaltes ein super Durstlöscher. Der Fenchel wirkt auf Magen und Darm beruhigend. Die Ananas wirkt basisch. Die Banane liefert super viel Energie und enthält Calcium und Magnesium. Und zu guter Letzt auch noch Chiasamen, denn sie enthalten viel Omega-3. Zur Zubereitung benötigt ihr einen Blender, ein Schneidebrett und ein gutes Messer. Die Zubereitung ist wirklich einfach. Ihr schneidet erst alles in mittelgroße Stücke und gebt dann alles in den Blender und mixt die Zutaten ordentlich durch. Wenn der Smoothie fertig ist, braucht ihr nur noch ein schönes Glas und ein Strohhalm zum Dekorieren. Denn das Auge trinkt ja bekanntlicherweise mit. Vielleicht habt ihr jetzt auch Lust auf so einen gesunden Smoothie? Übrigens, Lillidoo verschickt im Newsletter praktische Tipps und Tricks. Den Link zur Anmeldung findet ihr in der Infobox. Die Zubereitung Untertitelung des ZDF, 2020